Diese Änderungen erwarten uns im September 2024. Herzlich Willkommen, ich bin Erchan und das ist mein YouTube-Kanal Finanzen mit Erchan. Schön, dass du hier auf meinem Kanal bist und dich über die neuesten Änderungen im September 2024 informieren möchtest. Wenn dir unser Video gefällt, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch unseren Kanal, damit auch du keine Videos mehr verpasst. In diesem Monat neigen sich die Sommerferien für die letzten Bundesländer dem Ende zu. Und auch auf politischer Ebene gibt es viel zu erwarten. Nach der Sommerpause wird der Bundestag am 9. September erneut zusammentreten. Und die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen an. Pünktlich zum Spätsommer läuft die Frist der Pflicht zur Heizungsprüfung aus. Eigentümer von Gebäuden, in denen eine Erdgasheizung installiert ist, sind in zahlreichen Fällen verpflichtet, eine Heizungsprüfung durchzuführen. Und die Heizungsanlage bis zum 15. September 2024 zu optimieren. Ausnahmen bestehen für Gebäude, die über eine standardisierte Gebäudeautomation verfügen und durch ein standardisiertes Energie- oder Umweltmanagementsystem betrieben werden. Die Prüfpflicht entfällt ebenfalls, wenn in den zwei Jahren vor dem 1. Oktober 2022 eine ähnliche Prüfung vorgenommen wurde und kein Bedarf zur Optimierung festgestellt wurde. Die Heizungsprüfung muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Zu diesen Fachleuten zählen Stornsteinfeger, Installateure und Heizungsbauer sowie Ofen- und Luftheizungsbauer und anerkannte Energieberater. Die Bestätigung der Prüfung sollte mindestens in schriftlicher Form vorliegen. Nun eine wichtige Info für alle diejenigen, die eine Förderung für eine Heizungserneuerung bei der KfW beantragt haben. Planmäßig ab Ende September kann die erste Antragstellergruppe der KfW-Heizungsförderung die Rechnungen und Belege von Vorhaben einreichen, für die sie einen Zuschuss beantragt haben. Gefördert werden verschiedene Heizungstechniken wie elektrische Wärmepumpen, solarthermische Anlagen oder der Anschluss an ein Wärmenetz. Zu den ersten Personengruppen, die im Februar einreichen konnten, zählen Besitzer von Einfamilienhäusern, die ihr Zuhause selbst bewohnen. Nach der Überprüfung der eingereichten Dokumente erfolgt die Auszahlung voraussichtlich erstmals gegen Ende Oktober. Familien gut aufgepasst, zum 3.9. kommt eine neue Förderung für den Kauf von bestehenden Immobilien. Heißen soll das ganze KfW 308, Jung kauft Alt. Gefördert wird hier der Kauf von bestehenden Immobilien mit der Energieeffizienzklasse F, G oder H. Wichtig, hierbei muss es sich um die erste Immobilie handeln, die du kaufst und selbst beziehst. Die Voraussetzung ist, dass du mindestens ein Kind unter 18 Jahren bei dir im Haushalt hast und dein zu versteuerndes Einkommen 90.000 Euro nicht übersteigt. Für jedes weitere Kind, was in deinem Haushalt ist, darfst du 10.000 Euro höheres zu versteuerndes Einkommen haben. Du musst die Immobilie dann innerhalb von 54 Monaten zu einem Energieeffizienzhaus 70 EE sanieren. Mit einem Kind erhält man 100.000 Euro, mit zwei Kindern 125.000 Euro und ab drei Kindern maximal 150.000 Euro zinsgünstig für dein Vorhaben. Natürlich musst du dann den Rest noch über die Bank finanzieren. Hierzu haben wir bereits ein Video gepostet, das markieren wir euch. Für Autozulassungen gelten ab dem 1. September 2024 strengere Regeln. Die EU-Kommission hat eine Weiterentwicklung der Euro 6-Norm veröffentlicht, die Euro 6e. Ab dem 1. September 2024 tritt in der Europäischen Union eine neue Abgasnorm in Kraft, die als Euro 6e bekannt ist. Diese Norm zielt darauf ab, die Emissionen von Neuwagen weiter zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Im Vergleich zu den vorherigen Normen werden strengere Grenzwerte für Schadstoffe wie Stickoxide, Kohlenmonoxid und Partikel festgelegt. Zudem umfasst Euro 6e auch strengere Prüfmethoden, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge unter realistischen Fahrbedingungen sauberer sind. Organspendererklärung wird einfacher und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir alle unsere Bereitschaft zur Organ- oder Gewebespende klar und öffentlich erklären können? Bis Ende September 2024 muss es möglich sein, dies über die App unserer Krankenkasse oder die Webseite www.organspende-register.de zu tun. Hast du schon darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, dass deine Entscheidung dokumentiert wird? Ein Personalausweis oder ein Aufenthaltstitel mit der EID-Funktion sind erforderlich, um deine Identität sicherzustellen. Dieses Register macht es einfacher und schneller, deine Organspendebereitschaft zu überprüfen. Stell dir vor, du wärst in einer lebensentscheidenden Situation und dein Organspendeausweis oder deine Patientenverfügung wären nicht auffindbar. Das Organspenderegister verhindert solche Unsicherheiten und gibt dir Gewissheit, dass deine Entscheidung respektiert wird. Das Organspenderegister ist nur für bestimmte Stellen einsehbar. Seit Juli 2024 müssen es dazu berechtigte Mitarbeiter von Krankenhäusern bei entsprechenden Organspendefällen abfragen. Eine wichtige Frist, die man nicht versäumen sollte. Denn wer die Steuererklärung selbst erstellt, muss diese bis zum 2.09. beim Finanzamt einreichen. Da der eigentliche Tag der Abgabefrist auf einen Samstag fällt, verlängert sich die Abgabe auf den darauf folgenden Montag. Für alle, die es sich ein wenig einfacher machen wollen, finden in der Beschreibung einen Link zu einer Steuersoftware. Mit dieser Software kannst du ganz unkompliziert deine Steuererklärung einreichen. Smartsteuer hilft dir Schritt für Schritt alles auszufüllen und du siehst eine Erstattung vor Abgabe und bezahlst erst dann, wenn du deine Steuererklärung an das Finanzamt übermittelst. Zum Schluss bitte noch ein Kreuz in deinen Kalender setzen. Denn am 14. September steht ein bundesweiter Warntag an. Gegen 11 Uhr wird eine Probewarnung verschickt. Das bedeutet, die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Parallel können auf Ebene der Länder in den teilnehmenden Landkreisen und Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst werden. Wie zum Beispiel Lautsprecherwagen oder Sirenen. Gegen 11.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Das waren die wichtigsten Änderungen, die uns im September 2024 erwarten. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Like und wenn du Finanzen mit Erdschern abonnierst, verpasst auch du keine Videos mehr. Schau auch gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei, damit du keine Tipps mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.